Hallo, hier ist DJ Ostkurve auf Ö4TV. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Ö4TV. Wir sitzen heute mit DJ Ostkurve bei ihm im Studio. Servus, wie geht's dir? Mir geht's super. Wie seid ihr da? Sehr gut. Wie bist du auf deinem Künstlernamen gekommen? Ganz schnell gesagt, damals hat es jemand an DJ Nordkurve gegeben, der hat Wahnsinn gemacht. Und ich bin dann hergegangen und hab von Hau an Karpentill nachts, wenn du schläfst, also auf Party gemacht. Und hab mir gedacht, jetzt hab ich keinen Künstler, ich hab das einfach gemacht und jetzt wollen die einen Künstler. Und dann hab mir gedacht, okay, dann nehmen wir halt, weil ich in Osten von Österreich wohne, einfach Ostkurve. Die Kurve von Österreich. Fertig. Wann hast du dann begonnen zum Auflängen und zum Produzieren? Das mach ich jetzt schon 32 Jahre. Und am Anfang hab ich einen DJ Wettbewerb gewonnen, in einer Diskothek da in der Nähe. Und dann ist es losgegangen auf Saisonarbeiten nach Kärnten und so weiter. Und ich sag einmal so 1998, wo mein erster Orgasmo-Hit war damals mit Orgasmo, hab ich dann aus Booking Stitcher weitergemacht. Zeit 1998, oder? Ja. Stark. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Da ich schon alles gemacht hab, ganz am Anfang Schlager, hab ich dann Schlager, meine kommerzigen Schlager-Sounds kombiniert mit Dance und dann ist der Hit von Orgasmo damals entstanden. Haussex, oder? Ja, Haussex. Und dann hab ich alles gemacht. Also dann hab ich, weiß ich nicht, Pop, Haus, ich hab alles gemacht, bis auf Hardstyle, Hardrock oder sowas. Def-Metal. Nein, das hab ich nicht gemacht, aber ich find's nicht schlecht. Also ich muss sagen, die Leute haben auch was drauf, weil das ist ja noch immer Livemusik und nicht auch Studiomusik. Ja, das ist Geschmackssache. Genau, das ist reine Geschmackssache. Neben dem Auflegen und Produzieren magst du auch wöchentlich deine Radiosendung, die Austria Music Show. Erzähl mir was drüber. Naja, die Grundidee war einmal, dass ich bei einem deutschen Sender bei Fichte vor Haus hab ich angefangen, die Sendung immer mehr auf Österreicher zu beziehen. Ich hab mir gedacht, das gibt's leider nicht, dass keiner österreichische Tanzkünstler fördert. Dann hab ich das gemacht und dann ist die Welle 1 in Tirol an mich herangetreten und hab gesagt, sie finden das ein super Konzept und super Idee. Sie machen das jetzt an R über Radio UKW mit der Sendung. Und ich muss sagen, ich glaub jetzt nicht, dass ich jetzt liege, aber 55 Sendungen hab ich jetzt schon mittlerweile auf Welle 1. Kommen super an. Wir haben dann einen großen Online-Radiosender gemacht, 24 Stunden online, da rennen auch alle Österreicher. Und ich sag jetzt nicht nur die Tänzleins, sondern auch von Thomas, Unique, Supermax, so all die Tipps sind drinnen. Klassiker quasi. Klassiker. Und ja, das geht super. Und die DJs haben sich bereit geklärt, die meisten Bekannten von Österreich, dass wir jetzt jede Woche einen DJ in dem Mix machen. Also ein Hostet-Bay, oder? Ja, ja, Hostet-Bay. Und das Ganze rennt dann immer von 20 Uhr am Freitag bis 10 Uhr und Wiederholung bis 12 Uhr. Also sehr cool, zweimal hintereinander, jeden Freitag auf Welle 1. Tirol. Einschalten. Was steht als nächstes bei dir an? Naja, jetzt bin ich mit meinem Team, ich hab natürlich auch nicht alleine, weil alles kann man nicht alleine schaffen, sind wir jetzt dran, bis Juni das Album fertigzustellen. Da kommt jetzt die neue Single am Freitag, mal die Feiern. Vorher hab ich so eine weihnachts spaßige Nummer gemacht, hat eigentlich alles angefangen damit. Und jetzt sind wir halt hinten vorne dran ein Album produzieren mit sehr vielen Feature-Künstlern, bekannten aus Österreich. Hast du die erste News auch schon? Naja, nein, verrate ich noch nicht, aber... Kommt auch nicht in den nächsten Wochen. Kommt auch nicht in den nächsten Wochen, ich bin ja immer auf meiner Seite, da kann man eh was lesen. Nein, das ist eigentlich für mich der Hauptplan jetzt das Album. Apropos Social Media, wo kann man mehr Infos über dich erfahren? Also auf Facebook unter DJ Ostkurve zusammengeschrieben, DJ Ostkurve zusammengeschrieben und auf meinen Webseiten, da hab ich nicht einmal eine Artitress.de, also DJ Ostkurve.de und DJ Ostkurve.com. Da kann man alle Infos lesen. Sehr gut. Abschließende Worte an deine Fans und unsere Zuschauer? Die, die mich für blöd halten, muss ich ehrlich sagen, die haben leider nicht recht, weil ich weiß ganz genau, was ich tue. Weil genau mit denen vermarkte ich mich und genau mit denen habe ich Erfolg und genau das ist, was meine Fans lieben. Und darum sage ich zu meinen echten Fans Danke und weiter so. Danke Günther. Bitte euch.